Also wir sind hier mit den beiden Firmen vertreten. Die BIM-M Solutions macht Softwarelösungen für Punktwolkenauswertungen in Archicad. Das ist unser BIM-M-Tool, nennt sich diese Lösung. Also eine komplett integrierte, vollständige Punktwolkensoftware in Archicad. Wir haben direkt jetzt auch schon eine Anbindung an das iVion von Navis, um direkt aus den Panoramen, die man in iVion sieht, in Archicad modellieren zu können. Also die Punktwolken direkt ins Archicad modellieren zu können. Da wird es jetzt eine API geben, eine direkte Schnittstelle, die aus unserem Tool aufgerufen werden kann und mit der man die Daten, die der VLX-Scanner erzeugt, direkt ausgewertet werden kann. Also die BIM-M Services ist unsere Dienstleistungsgesellschaft, mit der wir die Scan-to-BIM-Dienstleistung anbieten. Also einmal das Scannen vor Ort der Gebäude und dann eben auch das Auswerten zu einem 3D-Gebäudemodell. Wir haben uns jetzt aktuell ganz neu, frisch, der ist noch nicht wirklich einmal gelaufen, den VLX auch zugelegt, weil wir einfach in dem Gerät wirklich einen Game Changer sehen. Einmal die Geschwindigkeit, mit der vor Ort Punktwolken erfasst werden können. Zum anderen die Punktwolkenqualität, die das Gerät liefert, hat uns halt absolut überzeugt. Wir haben das mal getestet an einem Projekt, da kam der David zu uns nach Sundheim. Wir haben dann die Gallus-Kirche gescannt, eine der ältesten Kirchen in Süddeutschland und waren wirklich von dem Ergebnis mehr als überzeugt. Für uns ist es auch wichtig, dass wir auch das selber testen können, die ganzen Geschichten und dann eben auch die Anbindung an die Software haben und das Gesamtpaket verkaufen können. Vielen Dank.